Hey da, was geht ab Leute, Hong hier. Es ist Donnerstagmorgen, ihr wisst was das heißt. Wieder Nesterwechsel. Zum Glück heute Unterricht ausgefallen. Ansonsten hätte ich wieder in den Freistunden irgendwas drehen müssen, was reinpressen müssen. Nester, dieses Mal echt uninteressant, also die müssten sich mal wieder was einfallen lassen für die Nester. Die wurden jetzt in letzter Zeit, wie nennt man das, vernachlässigt. Alle reden nur über das neue Arena-System, das Arenen broken sind und das irgendwie gefixt werden muss. Aber da haben die natürlich recht. Aber Nester, da fehlt auch irgendwie der gewisse Reiz. Es gibt wirklich absolut nichts mehr, was mich irgendwie reizen könnte. Ein paar Nester kann man immer erwähnen. Davor noch ein bisschen was zum Arena-Update, also man spekuliert, dass Ende dieser Woche, möglicherweise sogar heute schon kommen soll. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und man spekuliert auch, dass, falls es kommt, alle Arenen resettet werden. Sprich, alle rausgekickt werden und alle auf Null gesetzt werden. Ich persönlich fände das richtig saftig. Ich fände das echt krass. Aber ich habe auch nur Arenen vor meiner Ausstürfe. Also 9 von 10 Arenen. Ich habe momentan nur 10. Ich habe 9 Arenen vor meiner Ausstürfe in meinem Gebiet und eine habe ich in Bogenhausen. Das Einstein, falls jemand das kennt. Also ich habe da leicht reden. Andere werden natürlich leiden. Die haben Arenen überall verteilt. Auf dem Land, im Ausland, andere Städte. Schauen wir mal, was passieren wird und schreibt unten in den Kommentaren, was ihr davon halten würdet. Fändet ihr das saftig oder leidend? Dann sind wir gespannt, wann es kommen wird. Bis dahin schauen wir uns mal ein paar Nester an. Das war echt schwer diese Woche. Auf Platz Nummer 5 haben wir zwei Rocknester. Ist eigentlich gleich relevant. Vielleicht Drehhorn. Höhergestellt als Kallstein. Aber nach dem Rockgewirr sind beide relativ unwichtig. Zwar Kleinstein, Schloss Oberschleißheim. Kann nicht schaden. Vor allem, wenn wir dort mal wieder ein paar Module zünden werden. Und Drehhorn im Schloss Nymphenburg. Aber innen drin. Das innen drin ist halt das Schwesternest von den drei, die dort sich befinden. Und Schloss Nymphenburg ist halt echt am Arsch der Welt. Deswegen nur Platz Nummer 5. Obwohl Drehhorn eigentlich immer super saftig ist. Also von dem kann man echt nie genug haben. Ist immerhin das beste Nest Pokémon. Ohne Frage. Dann auf Platz Nummer 4 haben wir Bisasamen im Campion Park. Campion Park habe ich jetzt schon öfters erwähnt. War die letzten paar Male auch immer mit auf der Liste. Ist echt ein solides Nest. War ich schon lange nicht mehr dort. Aber müsste ich mal wieder hin. Vor allem, weil da immer gelber Rehen sind. Und dieser Samen. Also ich persönlich brauche noch ein paar gute Pflanzenangreifer zum Prestigen. Aber mal schauen, was das Arena Update bringt. Vielleicht braucht man das dann überhaupt nicht mehr. aber bis dahin könnte ich auf jeden Fall ein paar gebrochen. Krankenhieb Solarstrahl echt super saftig. Dann haben wir auf Platz Nummer 3 direkt bei mir vor der Osttür Panzerwiese ein Magnetilonest. gibt es auch noch eins im alten botanischen Garten aber nicht alten im botanischen Garten einfach. Aber da muss man Eintritt zahlen. das Nest ist super saftig, ihr wisst. Ich habe da Rehona gefarmt ohne Ende. Aber man muss halt Eintritt zahlen und für Magnetilus würde ich das nicht machen. Panzerwiese richtig große Fläche. Also das sollte man echt nicht unterschätzen. Wer die Startenmedaille noch braucht kann dort vorbeischauen oder wer so verrückt ist wie ich und die Medaille auf 1000 bringen will. Also paar werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist direkt von meiner Haustür. Also selbst einfach so beim vorbeigehen werde ich paar fangen. Das ist kein Problem. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 wieder etwas bei mir in der Nähe. Luipold Park die Teddy Osters die waren die letzten zwei Male im Campion Park also vier Wochen im Campion Park. Habe ich nicht geschafft dort hinzugehen. ist halt ein bisschen weiter weg der Campion Park aber Luipold Park da kann ich echt mal vorbeischauen beziehungsweise auf dem Hin- und Rückweg von der Uni fange ich eh in den beiden Paar. Also das klingt echt nicht schlecht. Können uns paar Ursahgangs züchten und dann die ganze Pläune Arena dort machen. Und dann haben wir auf Platz Nummer 1 Kanimani Maximiliansanlagen da wo das erste große Oberhinterst war. Falls ihr immer noch Kanimani braucht Starter Pokémon relativ selten kann dort vorbeischauen. das nächste ist okay würde ich sagen. Also auch nicht so überklasse. was würden wir machen so sind die Nässe momentan nicht viel Anreiz dienen halt hauptsächlich zur Überbrückung der Zeit bis wieder Events oder irgendwas angekündigt werden. ich weiß auch nicht das war's. Kann man nicht so gut reden kann man nicht so schmackhaft machen wenn etwas nicht super saftig ist dann ist es halt nicht super saftig. wie gesagt Löwenfallpark werde ich vorbeischauen Kampionpark ist halt weit weg eher nicht und dann Magnektidospaar sammeln schreibt unten in die Kommentare wo ihr hingehen werdet was euch interessiert was für Nester bei euch in der Nähe sind leidet ihr so wie wir oder gibt es super saftige Nester bei euch und das war's wie immer liken, subscribe und kommentieren check die anderen wie es war folgt mir auf Instagram und Facebook vergesst nicht Pokémon ist dieses Business